Und jetzt möchte ich Ihnen unseren zweiten Glücksbringer heute Abend vorstellen. Er heißt Ulf, kommt aus Gröbenzell in der Nähe von München. Und Ulf ist Schlagzeuger, und zwar ein richtig guter noch dazu. Ja, und sein großes Talent, das hat Ulf schon vor einem Jahr unter Beweis gestellt, dass er bei Jugend musiziert den ersten Platz gewonnen hat. Und da war für uns natürlich ganz klar, diesen jungen Mann möchten wir bitten, hier bei uns in der Show aufzutreten. Das tut er auch. Er hat außerdem noch einen großen Wunsch geäußert. Er möchte nämlich mit seinen absoluten Idolen von Stomp einmal gemeinsam auf einer Bühne stehen. Stomp, die kennen Sie ganz sicher, das ist ein multinationales Ensemble, das in England seinen Sitz hat. Und die Jungs und Mädels trommeln mehr oder weniger auf allem, was ihnen gerade in die Finger kommt. In über 36 Ländern haben sie mehr als 8 Millionen zu Recht begeistert. Und jetzt mussten wir noch einen kleinen Trick anwenden. Wir haben Ulf unter einem Vorwand in eine leere Fabrikhalle gelockt. Und wenn Sie mal gucken, da im Hintergrund, da stehen ein paar Arbeiter. Und diese Arbeiter, das sind überhaupt keine richtigen Arbeiter. Super, dass du da bist. Hier ist dein Besen. Hey, los! Hier ist dein Besen. Das war's. Wir sind von Stomp, ich bin der Johannes. Ich bin der Ulf. Ja, weißt du, Ulf, wir sind gestern gelandet in München und sind extra hierher gekommen, um einem besonders guten Schlagzeug zu treffen. Ich meine dich. Und jetzt haben wir dir was vorgespielt und jetzt wäre es ganz lässig, wenn du uns auch was vorspielen würdest. Ja, okay. Ja, auf der Tonne da drüben. Mel hat die Drumsticks. Und los geht's. Und los geht's. Wie lange spielst du schon Schlagzeug? Vier Jahre. Vier Jahre. Und wo hast du Schlagzeug spielen gelernt? In der Musikschule bei München. Du, da fällt mir ein, wir haben ein kleines Problem. Und zwar fehlt uns noch ein Schlagzeuger. Hättest du Lust, mit uns zusammen in Berlin in der Show kleine, ganz groß aufzutreten? Dann müssen wir noch ein paar Sachen üben, aber wir können uns ja das gleich anschauen, siehst du? Ja? Ja. Okay. Komm in. Und die Handelüben, Ulf zusammen mit Dom, seit sie sich damals vor einer Woche getroffen haben, wurde getrommelt und mit dem Schlagzeug herumhantiert. Und alles für den großen Auftritt vorbereitet, der heute hier auf dieser Bühne stattfinden wird. Meine Damen und Herren, das ist eine Weltpremiere. Sie sehen zum ersten Mal auf einer Bühne überhaupt auf dieser Welt Ulf zusammen mit Dom. Ladung,eurinnen und SPEDesignal. Soll es feind darauf? Aber wir werden wieder auf diese Weltvolution haben. Aber es gibt natürliche weapons � 판eti. Aber ganz gut. Na Tagertsburg. Ich habe ich, dass du ein paar ξen starkes zusammen verbunden anbetenstronen. Aber er wirdeint Prime. Mal entもし mitお願い. Das war's. 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 Das war's.